So, erstes, das ist noch nicht die neue Kamera, leider, ich wart immer noch auf dem Postenboot, zwar sollte er heute kommen, ich wart schon eine Woche darauf, vor heute einer Woche hab ich bestellt, in der Kamera, und der Suite zwischen 4 Uhr und 7 Uhr am Skimmer, jetzt ist schon dreiviertel 5 ist immer nur die Kamera, leider, wirklich leider, es ist dreiviertel 5 oder Post bis immer noch nicht da, ich hoffe und bitte ganz stark, dass er heute kämpft, das dreh ich richtig durch, und das am Freitag, ich seht ihr aber allerdings jetzt mitten in der Aufnahme gekommen, dann hier gleich auf, und riecht die Sleikamera ein, macht dann entsprechend gleich weiter, ja, im Part 21, das sollte der neueste jetzt sein, und Part 22, ich weiß ich hab's euch versprochen, dass der neue Kamera da ist, und ich hoffe, der wird geliefert mit Amazon Prime, besser als DHL, weil DHL ist schon echt, ich weiß nicht, langsam, auf jeden Fall, genau so laut, so wie mein Bus fährt, und, ja, es ist knappe 10 vor 5, und hoffe, dass er zwischen, bis 7, dann pünktlich da ist, ich hoffe wirklich, weil, ja, ihr wisst bescheid, mein Kopf trägt so, und, naja, Kamera war schon echt gut angebracht, aber war verdient, nach der beschwerlichen Kamera, nach langer Zeit, war es eigentlich gar nicht so schlecht, jeder, aber, der fokussiert nicht immer, wie es sein soll, und vor allem, macht er schon auch Faxen, ist jetzt da mit im Let's Play, so, hier ist glaube ich mir der Weg zurück, Koni, ernsthaft, jetzt der Futur aus Obispringen, ohne, dass ich muss weit, oder, doch, ich hab mir noch jetzt hier zurück, und das ist ja halt, wo mein letzter Part war, aber man konnte nichts machen, ich glaube, ne, im Sandsturm, da bräuchten wir die ganzen, Handschuhe, Grabhandschuhe, können wir, so, aufgeschlitzt, wir haben jede Menge, also weiß ich nicht, wir, so mein Bruder, hat erstmal einiges an Speyerplatz freigemacht, und hoffentlich läuft es ein bisschen besser und flüssiger, ja, weil es war mir schon häufig, häufig eine Katastrophe, ach komm, jetzt scheiß auf mich da auf, nehm einfach die Herze, Hau ab, und, es leckt schon sehr, sehr häufig, wir hoffen, dass es diesmal besser wird, klar, kann man da natürlich nicht, weil er dann das neue noch nicht da ist, das alte ist immer noch das blöde, leider, ich freue mich schon, wenn mein Post kommt, Postbote kommt, dass ich jetzt schön auspacken kann, neu aufstehen kann, und es ist einfach frei funktioniert, verpisst dich, danke schön, und ohne beschwerliche Dinge es schön läuft, ja, diese Folge leider noch nicht, bei nächster Folge, wie gesagt, auch noch nicht ganz zu sicher, aber sobald mir geschrieben wird, es ist da, bin ich schon weg, da bin ich schon beim einstellen, ja, oh, ich hoffe, ich freue mich schon mega persönlich, kann man da, soll auch mehr Qualität haben, als die dir, kostet auch, hat gekostet 80 Euro, der, wo ich jetzt habe, war um die 40 Euro, also der ist viel billiger, der alternatoriker, aber hoffentlich auch viel besser, da erwarte ich schon einiges, klar für Streaming, ist jetzt auch natürlich nicht so geeignet für Streaming, wenn ich mal live streamen würde, wollte ich mal bestes Internet, deutlich bis es, und vor allem auch mehr bessere Grafik, mit der Grafik wird es schwierig zum live streamen, und auch mehr Zuschauer, ja, ich bin auch froh, dass 100 bleiben, aber vielleicht könnt ihr mir sogar helfen, dass es sogar mehr wird, ich vertraue euch, ja, ich vertraue nur euch, und meine Freunde, vielleicht klappt es ja, da ist schwer, diese komische 4 exit, genau so viel eckig wie meine Kamera, wie so ein Pixel, Pixel, vieler, ähm, ich hab noch keinen Gerudo Pass, das so ist wie im Original, muss ich ein paar Helfer finden, ja, wie im Original, schon fast gedacht. Muss ich ein paar Helfer finden? Ich will Gott sagen, was zum Teufel. Warte mal, ich möchte dort sehen, wo die mich rausgeschmeißt. Natürlich im Knast, sicher. Ja, Knast, Junge. Nein, was hast du hier aufgestellt? Und ich höre den Skulldula, schau schon fast aus dem Original, ne? So aufgebaut, das wird ein bisschen leichter für mich gestaltet. Ich höre Skulldula, aber sehe ihn nicht. Ah, über mir, alles klar. Bedenkt daran, ich habe doch kein Schwebestiefel, ja? Bedenkt daran, kein Schwebestiefel. Ich könnte mir denken, wo die sein könnte. Ja, ich gehe da oben, okay. Habe ich mir schon fast gedacht. Gehen wir die erste Türe? Das ist wirklich original, treu, nacht. Ne, okay, ist schon anders. Ne, ich bin schon still. Ich bin schon still. Wüste ist eigentlich zum Schluss. Ich habe auch die Wasser... Ja, ihr seht, dass Wassertempel übersprungen. Und nach Wassertempel wäre sowieso die Wüste gekommen. Ja. Hm, es ist ein bisschen anders gelaufen, als wie gedacht. Und als Opa hilft er auch noch. Ja, hm, ähm, Junge, was ist mit dir los? Ähm, was stimmt nicht mit dir? Weil du fängst erst mit dem Wald an, damit Feuer... Oder erst mit Feuer, damit Wald und damit Schatten. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist ohne Schiebestiefel. Ja, also das Wichtigste für Wüste und Schatten ist eigentlich immer Schiebestiefel. Und die Knafthandschuhe habe ich aber noch nicht. Hm. 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 Was ne, Junge, irgendwas läuft falsch mit dir. Vielleicht mit dir mal selber schwimmen, oder komplizierter. Aber keine Ahnung. Es gibt ja keine festgelegten Regeln. Daher passt das schon. Noch... Wer weiß, wer es... Normalerweise, wenn da immer so ein Ding ist... Totenschädel ist ein von den... Bauarbeiter versteckt. Wenn das was will... Können wir... Oh, ist ja fast nicht. Immer schön und dummib. Ich hab deswegen gelangt, wenn ich reingegangen wäre, hätte ich mich immer schon erwischt. Und bla bla bla. Oh, da ist die Hiese erscheint. Hm. Hm. Ja, passt das T-Shirt, ne. Zum Game. Outless kommt auch bald. Vielleicht heute Nacht sogar. Wenn das neue Kamera da ist. Ansonsten muss ich noch mit dem beschissen Kamera da noch. Ich fein mir schon so viel auf das rein. Ich hoffe, es ist echt ein gutes Kamera wird. Ein Weg. Zwei Weg. Ich weiß nicht, wo er das erste Heck ist, ey. Ich schau erst mal in die Tür rein. Weil... Bei Original kannst du immer ein Ausgang und man gleich erwischt werden konnte. Oder es hier vielleicht... Nein. Ich würde jetzt da rauf. Dann noch mal rauf. Das ist ja auch noch. Das ist richtig. Da... Da kann ich ja auch noch mal rauf. Das ist ja auch noch eine Tür. Und mit dir, Ludo. Ich muss doch hier ein... Nee. Sag's mir lieber nicht. Viele könnten sich schon denken, aber nein. Du kannst mich nicht gesehen haben. Nein. Ich mach's jetzt nur mal deswegen. Doch kurz mit dir sehen. Das ist... Das ist... Das ist Cheaten. Klar... Ja, Lydels. Ich cheat dir auch. Richtig. Aber ich schaue doch schön durch die Mauer, Alter. Da... Geht ihr mal das? Geht ihr mal das? Geht ihr halt? Die Mauer! aha da sieht man nicht aber hinter der mauer 60 logik logik game design sauber noch mehr hoch noch mal stehen 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 da ist eine schulter 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 und es ist zu dunkel zu hell besser der neue kameras soja dies quasi biet erkennen dass es zu hell ist da oben ist es gut wachler 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 gehen wir ja so es legt schwer und ihr zu schien immer so schwierig und es liegt immer noch so viel er bleibt bei haus und wieder für eine weile es ist viel zu hell ich habe fest so offen damit ich auf efa die post höhe ich hoffe der kommt gleich oder bald das ist die ganze part anhören tut mir leid oder muss ich noch nicht hin doch ich erst noch und zwei rubine herrte vor die kiste dankeschön herzlichen dank so feile gibt es immer wieder zu holen freut mich bauten die kundes ja auch da aber die nummer eins wollte man genau deswegen sparen genau deswegen ja ich weiß es tut mir leid dass es selbst hätten verstehe ich auch richtig aber glaub mir immer wieder spart man einiges an nerven schmeckt gummibier schmeckt aber besser als ich schleim schicken knuckles jetzt greift mir oder was ist es ja gut wurde gut bis eine brave sun von mir aus echt jetzt vor der facke schnauze ganz mal das war sie heute kommen zu müssen muss man sich die vielmaske entscheiden also genug auf ruhig ganz ruhig ja nur kein stress also ruhig ich weiß nicht warum aber okay wenn das die frauen nicht sehen oder unterschied geben sollte aus der große interessant auf jeden fall schnauze die zum karte muscht dinge dass da draußen in eko liefern muss aber war nichts zu fliegen das erste 6 die den aus mit pfeil abschießen das sieht die kunde auch ohne maske doch größten abschießen top 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 wirklich los ja und heute kommen stilles alarm stilles alarm vielleicht sollte man wie bomben benutzen vielleicht aber ja die lute maske hätte man auch im original ja wohl gibt es eigentlich auch aber nur für die kinderquist aber nicht für die erwachsenen wer weiß ich glaube nicht wenn du vorst du aber nicht in knast ja ich habe mich immer noch die erfüllung ist nicht ganz sehr gut aber ich hatte sogar fieber letzten aufnahmen hätte ich eigentlich pausen machen sollen da muss ja auch nicht mehr gerade so gut manchmal sollte man öfter pause machen als man denkt ja ich war doch nicht so gesund wird es meistens inzwischen egal ob ich kamen oder nicht weil viele juckt es ist sowieso nicht klar ja bevor es gleich beschränkt kommen richtig bis zu der gefahr ist auch wichtiger aber glaubt mir ich befreue die wasser überhaupt als wie körper zu sagen ja wo sitzen rumgammeln und nicht so ohne eich war sowieso normal ich ganz ehrlich so da unten war noch nicht und da hinten gleich hinten ist das haupttor ihr habt zwar schlüssel aber noch kein bauarbeiter ach da war er noch nicht stimmt ich hab schon wieder gedauert ist jetzt würde ich glaube schaut schon aus wie nein 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 ja nee das war klar einmal ein kraft handschuhe wird schon echt geil also da hinten schon der tempel ist was allerdings ob ich nicht ob ich da schon rein treten soll da schaut schon verdächtig aus ich geh schon mal da ja genau da sind auch noch ein paar ein kubel gekocht so cool vater wusten ich habe es gesehen ganz leicht habe ich gesehen ein herzteil in kochtopf nice immer alles kostet und sicher die klavier und das kostet ich dachte mich zu erinnern dass wenn wir alles anzieht dass sie auch alles kostet hat okay da bleibt ja auch wirklich im modus schade hat schon kein queen vielleicht was ist aber wahrscheinlich nur modus oder nur im originalen ja ich bin schon stark eine versteckte ist hast du was zum sagen ich bin mir sicher oder geht ob du machst jetzt über 44 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 6 7 5 8 6 7 9 8 9 9 9 9 10 11 12 11 11 11 11 12 12 11 12 12 11 12 11 13 13 15 das zelt nicht betreten ich hoffe das ist auch ein bug weil ich sage kein blassen schimmer keine blassen schimmer kann ja nicht ein bisschen mit bummerang spielen nein wirklich so natürlich nein nein okay ich glaube es muss mich sehr schön da muss bei ihm schnell sein wirklich sehr schnell ja das erläufer der postbote ja ich gehe auch schlugte warum gibt es öl macht aha ich habe gehört ich habe gehört ich habe ihn gehört öl auf eva keine gute idee ok ich will es aber ausgebilden kommentiert wissen andere seite die komische dinge wenn es so echt hart vor aber ok es ist so versteckt die bäumen ja da wie dass die prinzessin des schlosses wisst ihr bereits keine socke ja Jaaa. Ähm. Ahja. Äh. Warte nur. Okay, mach wieder auf. Schwier ein Herzteil. Äh. Echt jetzt? Äh. Speyer muss man doch mal üben. Dringend üben. Dringend. 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 Ja, ohne Schwebestiefel schaut's wahrscheinlich schlecht aus. Ne, nur wahrscheinlich, sondern wirklich wahrscheinlich. Warte mal um dann bitte. Passt zum. Das ist jetzt echt nicht zu weit weg, oder? Warte, 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 warte. Ja, ne. Äh. Nur mit hier. Na. Jaaa. Game. So. noch ganz vorsichtig vorsichtig ich hoffe... guck mal hier... kann man nicht senken senken fake zählte ich fahre... auch schnell laufen... ja... auch schnell laufen... alles gut ich lasse mich da... das ist kein Tempel ist es... aber... zum Schluss... ich weiß nicht... was... 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 ist... hoffentlich... was... 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 hat... hat... was... 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 steifeln... die wir nur wegschmeißen können... leck mich doch... nein... was... da... muss... irgendwas... ass... ja... her... kämen... hau doch ab... die kurze schalte ich zum moment mit absicht wieder ist da oben gewusst vielleicht vielleicht schon mal komisch aus sehr komisch ob ich auch richtig bin was sie nicht noch die source zu wahrscheinlich nie aber das habe ich gesucht und du hast auch noch ein herz teil es war nun nicht überall gut zu wissen dankeschön vielen lieben dank auch falls abonnenten dazukommen freut mich und herzlich willkommen falls wir dazu kommen ich lasse mich überraschen habt spaß und genießt ist und wie gesagt ich bin nur wochenende erreichbar alle anderen tage leider schwierig bringt die arbeit aber nächste woche ist ein feiertag auch ein guter tag um einiges zuletzt bleibt wenn nix dazwischen kommt wenn das wird wenn ich bin nicht würde werde ich schlau millioniert genau was ich mit kann auch werden man kann sie wissen wirklich scherzzeilen wird schulang sie mir wird schulang sie mir und da geht so wieder zurück dafür zu und er ist nicht tot etwas im kopf was ich jede ausbilden möchte jetzt ist auch das gespanne genau da fehlt noch das eis und das licht die wichtigsten zweig geht auch ab und werde dies über singen schwierig schwierig das licht tempel was eigentlich dort ist erste tempel ist für die wüste sollte so gut es geht abgeklappt haben abgeschleppt und es geht auch noch drei wohnen ab drei so dass er nur das ding hier teleport so da ist hier ach so so herr wird es lustig oder eher weniger lustig ist die frage ein uhr so gebäude war nur gitter oder wo man ein mit ausgefunden um wie es aufgeht na der woche alles bei jeder drin ja dort der kippe daumen ahnung wird diese aufgesehen weiß ich ehrlich so nie im bau mit bogen ich war es wieder bogen das vielleicht okay moment noch mal noch mal noch mehr aber auch viel stuhl auf den stuhl die box wissen ab nein ab jetzt ist du die scheiß haus und so jetzt nervt ab margit gehst du ob ich konnte nicht ob ich danke schweres geburt so ein sarg wofür liegt diese sarg oder wer ist drin ledermaus ein auge da anders wahrscheinlich noch umgepackt verzeihen wir uns aber bitte nicht dass du jetzt die schiebestiefel sind die letzte flasche die letzte flasche der mobil hier alles komplett fehlt noch ein schiebestief ach du scheiße hau ab tschüss ha interessant interessant sehr interessant wo sind die schiebestiefel stelle hau ja na ja hau 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 Beim Eis reiht er doch noch nicht zum Tempel. Leider. So was mich noch gar nicht stört. Hm. Die Zora. Zohora. Bam bam. Auf jetzt, ab. So, dann raus. Die Frage ist halt auch, ob ich beim Menschen überall war. Das frage ich mal an, aber ich glaube nicht, dass ich da wirklich alles hab. Ich glaube schon fast nie. Aber schau mal, schau mal. Steine und Dinger. Dinger. Ach, hau doch ab mit der Scheißstein. Schau mal. Ich zeig doch schon mal die Zora kostet. Lang dauert es mir. Weil ich hab eh schon... Ich muss eh leider schneiden mit dem Kotola hier. Ja. Das ist doch und auch gut. Falls das Kotulos verpasst haben sollte. Falls. 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 Ich kann es nicht heben. Genau. Wie gesagt. Muss ich später nochmal hin. Das stimmt. Muss. Da war ja was. Oh. Gibt's was im Klettern? Ein Mini-Loch. Mini. Ich hab kurz überlegt. Auf. 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 Genau. Unterm Stachel. Sehr schön. Dankeschön. Nein. Sehr schön. Weil wir auch noch oben. Und oben auch nix ist. Wird interessant für die nächste Folge. Jetzt. Hau ab. Bist er sie über bewegt eh. Bist er sie bewegt eh. Ist dort. Und wenn es sie bewegt, dann bewegt er sie komisch. Seltsam. Herzteil. Vorherzteil. Sicher. Was ist da sehr? Danke. Danke. Ahn. ich darf denn wissen wo die warten oder werden ach so, ups noch mehr oben, vier oben, oben, oben naja, da wollen wir die Brüder, okay bis ich hier alle gegner hä ach, da heute geht es an, oha ich denk so schön, hä, bin jetzt dumm aha, aha, skulti hör damit, aua ja, da, aua ja so, jetzt war das letzte gegnerblatt, mal schauen, was es, wo viel Schatzkäste gibt sehr schön ja, Scherzzeile, Scherzzeile ist die Scherzüme, also, aber hey, Herzzeile ist ein Herzzeile, als neuer beschweren wir uns, oder beschweren wir erst mal die, fürs erste der Reinigung war da, Reinigung dachte ich's mir es gibt keine Container, nur Teile nur Teile, jetzt Teile wenn ich hab, muss ich wahrscheinlich wirklich zuerst den Geistertempel machen und zum Schluss ist das Wasser, warum auch immer schlussende normal ist mich erstes Wasserbereich und dann das Wüste aber ok vielleicht ist der Schatten nicht zu krass keine Ahnung, wer weiß, wer weiß ich schaue es aber bei den Zodos bei Dorn nix mehr füllt ich glaub, da ist doch nur weg, war wohl nicht hiebkommen ich glaube, ich war nicht sicher oder oba mich auch nur ihr wusst ne, oder, 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 oder ja, schau mal hier da, schau ja aber scheinbar nix versteckt ich brauch meine Kraft, Hatschuhe wwe Nyeiyeiyei Fuck mit aber oben bringt er schon mal nix Nix besonderes Da und da aussehen. Irgendwo war doch noch was. Ich bin mir sicher. Irgendwo war noch was. Frage ist halt was. Haha. Amtsonsten muss ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen rumgucken. Ne, also wirklich zuerst den Dungeon, wo eigentlich wirklich zum Schluss sind. Wäre natürlich doof, ne? Ja, boi, ja, boi, ist da hinten, wissen wir. Pass auf, dumm rauf, ja. Schnee. Dankeschön. Nein, du Trottel. Du Dorftrottel. Echt. Sehr schön. Mit dir ist doch irgendwas. Mit dir ist irgendwas. Frage ist halt immer was. Auch da, wenn ich noch mal wahrscheinlich nachschauen. Die Klapp von Ruto. Da ist nichts mehr, weil ich weiß. Es gab doch noch eine Stelle, wo man nur enthalten konnte. Irgendwas habe ich verpasst. Irgendwas habe ich verpasst. Aber frag mich nicht was. Irgendwas habe ich ganz großes verpasst. Da unten immer ist nichts, oder? Oh. Ab. Und. Achso, der ist schon hier. Na, da ist er. Da ist er. nicht. Ah. Ist da was versteckt? Oder habe ich dich schon? Sicher. Scheibe. Aber das ist alles hinweist. Die Sonne auch. Mit Schuss. Ja. Boah. Leute. Ganz ehrlich. Ich muss diesmal wirklich gut durchschauen. Wo ihr eisstiefel so schwebestiefel seid. Und wenn ihr das was. Seem uns gleich wieder. Aber das nächste Part ist der neue Kamera noch nicht da. Außer ich kann euch am nächsten Tag wieder mal machen. Wer weiß. Ich melde mich. Wenn ich was weiß. Lass gehen. Ab und ab und ab. Wenn ich mich freuen. Teilt es wie ihr wollt. Helft mir keine weiter wie ich mein Kanal verbessern kann. Ja. Umsonsten. Nein. Hau doch ab. Oder. Mhhh. Hu 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 hu. So was aber nehmen. Was sind scherze zu mir mal? oder glück in unglück junge das geht doch vorbei die sparen die skippe dafür und so war eigentlich eh nichts neues bis bald habe die erden